Heyo, hier ist Ronja und wir spielen heute wieder Mario Kart. Wir haben das schon mal vor Ewigkeiten mal gespielt, das glaubst du nicht... ...irgendwie was wir hier gemacht haben. Aber wir haben noch nicht alle Level gespielt und wir fanden die Map eigentlich echt cool. Deswegen... ...race'n wir jetzt nochmal. Auf neun Maps! 3, 2, 1... Oh nein, ich hab meinen Wust nicht richtig hingekriegt! Easy! Wieso sagst du easy? Ich bin Erste. Nee, ich bin Erste. Nein, ich bin Erste. Jetzt bin ich Erste. Jetzt bin ich Dritte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was hab ich gekriegt? Ja! Warte. Oh Pilze. Äh... Left Control. Hold the Sprint. Was ist Left Control? Ich weiß es nicht. Links Steuerung. Aber ich hab... Oh! Ich bin schnell! Ich bin schnell wie der Wind! Nein Ronja! Ich bin gefallen! Du musst hier springen! Ich war zu schnell! Nein! Oh mein Gott! Woo! Ich war viel zu schnell! Nice! Oh mein Gott! Oh Mist! Ja! Ja! Oh mein Gott! Tops geht doch weg! Egal, ich zieh von hinten nach... Oh nein! Tops! Leute! Man wird gar nicht wieder hochgespawnt! Und jetzt? Oh mein Gott! Wings active! Was mach ich denn jetzt? Ich bin... Ich bin lost! Ich bin out of the map! Wom müssen wir hin? Ja, ja, ja! Und runterfliegen! Und runterfliegen! Wenn du den Barrier in die Hand nimmst, dann kannst du Dinge anzusen, ne? Ronja! Was? Du kannst ganz recht, wenn du rechts gehst, dann gehst auf Reset, wenn du irgendwo hängen bleibst! Oh stimmt! Okay! Okay! Ja, okay! Ich bin jetzt dritter mit Abstand! Man kann hier... Es gibt noch Abkürzer! Man hat Leben! Okay! Oh nein! Das ist nicht gut! Das ist überhaupt nicht gut! Oh mein Gott! Man kann fliegen! Wings active! Ah, okay! Leertasten muss man drücken, MC! Ich hab den goldenen Stern, also den goldenen Abkür in sich! Au! Wings lost! Ich bin jetzt erst in der zweiten Runde! Nein! Was ist denn das? Was soll denn das? Was heißt Warp? Wohin warf ich mich? Was? Happy Warp! Wohin hab ich mich geworpt? Ich warp mich! Ah! Wohin hab ich mich geworpt? Ich weiß es nicht! Ich bin verwirrt! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich warp mich noch mal! Nein! Was? Ich bin erster! Jetzt bin ich zweiter! Nein! Hier musst du fliegen! Drück leert das Zettel an, aktivierst du die Flügel! Dann kannst du fliegen! Hab ich, hab ich! Weißt du wie es geht? Ich hab irgendwie verkackt! Ja! Warte, bist du direkt... Oh! Du bist weiter geflogen? Ja! Wann kann das? Wieso? Ich bin erster! Ich gewinne! Ich sterbe die ganze Zeit! Das ist unfair! Ich hab ein Schild! Ich hatte auch ein Schild! Nein Flo! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ah nein! Ich bin out of maps! Geh weg! Wie kannst du denn out of maps dann? Ah, ist der Bahn gefallen meine ich! Nein, 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 nein! Hör auf dich zu porten! Nein! Oh! Das war so close! Na! Okay! Oh mein Gott! Das war gerade alles so Millimeter Sachen! Ja! Ja! Zieh durch! Ja! Nein! Oh mein Gott! Was ist gerade passiert mit dir? Oh mein Gott! Ich bin gefallen! Oh mein Gott! Man kriegt hier übelst viel Damage irgendwie hab ich das Gefühl, oder? Wenn man irgendwie bei diesem Sprung Ding ist... Jetzt bin ich dritter! Hä? Ronny, du hast das... Du hast das Checkpoint nicht, glaube ich! Nee, ich hab das Checkpoint nicht! Wo ist denn der? Ja! Um! Ich bin erster! Ich komm nicht zum blöden Checkpoint! Hey, lauf das so... Mach doch Reset! Du hast gesturmt! Reset spielt dich! Wieso bin ich immer in diesen Sprung Dingern? Da fahr ich immer weg! Das ist doch... Mist! Das ist doof! Es macht mir keinen Spaß! Ich hasse diese Map! Diese blöden... Was zur Hölle? Hier, ich hab hier geportet! Okay! Go Ronja! Go! Du bist doof! Hopps! Ich weiß, wie das funktioniert! Hör auf zu reden! Nice! Ich hatte fast gewonnen! Ohne Mist! Werde ich da nicht runtergefallen wäre, hätte ich gewonnen! Die sieht cool aus! Okay, das war nämlich ein Speedboost mit... Mist! Autsch! Schlechter Start! Ich geh rechts! Du gehst ja auch rechts! Hä? Okay, wieso springt man nicht? Oh, Mann! Du musst selber springen! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Wieso schlägt man im ersten? Das macht gar keinen Sinn! Warte! Warp habe ich! Warp ist broken! Oh, Mann! Nee, Warp! Push dich dorthin, wo du hinschaust! Glaub ich! Irgendjemand hat den Apfel! Habe ich den Apfel? Ah! Wieso? Was ist denn hier da... Wieso sterbe ich denn die ganze... Nein! Oh, nein! Du bist doch reingefallen! Ich bin auch reingefallen! Ich habe vergessen, dass man selber springen muss, weil meine letzte Runde immer gesprungen wurde! Egal! Ich gewinne! Ah, mein... Bald! Nee! Okay! Flo, zweite Runde! Ähm, Flo... Oh, roll dir auf! Hallo! Aufhören! Oh nein! Die Treppe! Oh nein! Was ist denn das jetzt für ein Weg, den ich hier eingeschlagen habe? Ich glaube, das ist kein guter Weg! Der ist auch besser! Der ist besser? Glaub ich! Nö, ist er nicht! Der ist ein Mist! Bonka! Ja! Der ist ein Mist! Der ist voll Mist! Der ist voll Mist! Der zweite... Hat das... Ah, ihr seid links gegangen! Huch! Was ist denn das? Huch! Huch! Das ist Flo, 44. When Duff in Flames! Oh! Flo ist wieder auf heißer... Spur! Tja, ich bin eine Flau... Huch! 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 Das hab ich auch! Was bringt dir das? Äh, dann stirbst du einmal nicht! Oh! Okay! Das ist gut! Okay, ich nehme jetzt den rechten Weg! Von den rechten besser! Der rechte ist auch besser! Ah! Ist er auch! Wieso... Wieso bin ich eigentlich eigentlich... Heavy Zweiter! Ich bin... Ab und zu, wird mit mir... Erste angezeigt! Ohne Grund! Und du hast die Idee, wie ich hier drinke? Ooh! Finde ich nicht gut... Ja, ich sag ich jetzt nicht einmal gesehen! Ha, 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 ha. Top, so king! Das ist passiert! Ich geh immer links und sterbe dann! 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 Ich geh immer links und sterbe dann einfach... Ich hab abkürzer! Nein Flo! Aber ich hab glaube ich da bin Lava! Ich hoffe du stirbst an Lava! Nein! Du wolltest vor mir aber trotzdem abkürzt es! Nicht schon wieder! was ist denn die probleme da will ich sterben oder aber aber du brauchst den speed boost von einem zwei runden größere mappes okay ich habe auch den anfang wo muss ich denn hier lagen ich möchte auch ganz gut dass ihr vorlauft find the train solution ja ist mir egal also ich fliege auch die pfeile zeigen ich hab's du musst quer durch links hinten musst du ich weiß warum es nur zwei runden gibt weil ich mir richtig verwirrend ist ich bin dritter ich habe es richtig nice links einfach links von oben weißt du wo es ist glaube ich weiß wo es ist oder ja ich weiß wo es ist oder nein ich weiß es nicht wo ein train station steht hier du fährst geradeaus und du gehst geradeaus bis zu dem pfeil und dann gehst du links geradeaus dann kommst du mein gott ist mir verwirrend da muss ich gar nicht kein pfeil warum okay warum muss man den sachen finden das doch blöd ich hasse die map ganz ehrlich weißt du was ist wenn leute keine orientierung sind haben haben die schon mal an die leute gedacht ich denke nicht ich finde ich würde muss aber ich finde es nicht wo bist du ich zeig es dir ich bin bei flashback spirit tower der war port beginnt dort hin wo es weitergeht heute hier wo findet ihr wo aber das ist vor mir da musst du hin ja okay aber trotzdem ist die map blöd da muss da rein und hier ist ja auch nicht gefunden ja das das ist das ist das ist ja heute die mapnummer spielen jobs weil ich so automatisch dies ist vielleicht mal darüber nachgedacht dass manchen von uns das nicht gut finden wenn sie jetzt explodiert hier auch noch was ist doch doof ich bin gar nicht ich bin nicht fertig ist links rüber und ja jetzt Danke, jetzt hier? Tupst es vor dir, ja lauf ihm nach! Was? Nein! Hier, weiter? Ist das richtig? Mann! Flut und Penner! Du tötest mich die ganze Zeit, du Penner! Das mache ich gar nicht! Oh nein! Go Ronja! Nein! Flut und Afrika, tötet mich einfach weg, komm mal! Das wäre das Spiel von Zebra, habe ich nicht gehört. Go Ronja! Wow, ich steh dich wieder ein-tipp! Ich kann es spüren! Ich tups mit dir eine banalen Schale. Hääääh! Komm mal eine banalen Schale auf dem Weg, Tupst! Ich werde dich töten. Tupst, ich bin schon bei der Team! Ich bin schon bei der Team! Du hast mir oft bist du eigentlich schon wieder aus der Web gefallen. Ich würde dich... Du meinst aus der Web gefallen? Richtig, ist auf Banalen. Scheiße. Oh, ist gerutscht, habe ich gehört. Das Rennen ist beendet. Ich werde jetzt einfach nächste Runde darauf verbringen, dass Flo nicht aufs Ziel kommt. Oh, Tobs, du bist letzter. Das will mir stinken. Tobs, letzter Platz. Huiuiui. Das war's schon. Wir werden stinken. Tobs, dritter Platz, ne? 3x3. Ja, knapp, Tobs, knapp. Na, knappe Kiste. Der gibt's schon an. Ja, leute, ich würde mal sagen, das war doch eine dampfige Folge. Erfolgreiche Folge, Mario Kart. Ich würde sagen, ich bin ein guter Mario Kart Fahrer. Tobsledder, nicht so sehr, der ist oft irgendwie gestorben. Und gefallen aus der Map. Das ist komisch. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Total komisch, weißt du? Wenn er einfach so ein Typ sieht, mit dem man so auslässt, weißt du? Ja, okay, tschüss! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.